Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Heyday, heute Derby Time mit beiden Farmen und Doppel-XP-Schiff-Event, da müssen wir hier auch unbedingt ein paar Schiffe abschicken. Ich habe noch nichts gemacht, ich habe auch keinen Schub irgendwie so aktiviert oder so. Ja, wisst ihr, aus dem Schübe-Opening habe ich auch keine gescheiten bekommen. Ich würde jetzt ungern einen 12-Stunden-Schub nehmen, deswegen werden wir einfach so Schiffe abschicken und zwar das nicht wenige. Ich hoffe ihr habt Spaß und ja, habt Spaß. Da war mein Satz natürlich wieder voll beendet. Egal, wir machen jetzt hier erstmal das erste Schiff, wir müssen auch, wie gesagt, mit dem hier auch Derby machen. Derby-Endsput hier, zwei Kirschen, ich muss gucken. Was ich mir hier so rüber geben kann. Okay, das kann ich jetzt machen, das heißt ich habe dann 2, 5, 8. Boah, hier muss noch so viele LKWs machen, ey. So viele LKWs. Dieser Strauß ist behindert, deswegen lassen wir den mal weg. Muss auch noch, wenn ich jetzt ein Inserat mache, ist das ein bisschen blöd. Ich muss eigentlich erst mit dem hier die LKWs machen. Obwohl, eigentlich ist ja Wurst. Ich bin ja eigentlich schnell, was das angeht. Speck Sandwich, ja, das muss ich mir auch rüber machen. Was brauche ich denn jetzt alles? Beste, ich mache mir das glaube ich zuerst, obwohl ich kann ja erstmal die Kirschen voll machen. Das Gute ist, ich glaube ich werde sogar mal mit diesem Account hier level up. Glückwunsch, Lucky. Und hi. Was ist alles da? Ja, ich bin auf jeden Fall da, das mache. Das ist ja auch mal schön. So oft bin ich ja in der zweiten leider nicht on. Aber ich will es häufiger machen, deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, ein Derby mitzuspielen diese Woche. Damit ich wenigstens mal quasi onkommen muss. Aber ich will ja auch, wie gesagt, häufiger onkommen. Machen wir mal hier jetzt mal Karotten. Mein LKW müsste da sein, genau. Schicken wir die ab. Ja, das ist ganz praktisch, wenn, äh, machen wir hier, dass der mal schneller kommt. Oh, das hasse ich. Manchmal kackt das ab. Steh das nicht. Wenn man dann zu, diesen LKW schneller machen will, dann geht man da hin und geht wieder zurück und dann kackt das manchmal ab. Das ist richtig komisch. Okay, LKWs, ja, können wir eigentlich drauf scheißen hier bei dem, wenn ja sowieso Schiffe abschicken. Oh, Weizen. Weizen. Die Tanja ist on. Die Tanja hat mir geholfen, das ist schön. Ja, wie gesagt, ich möchte halt noch kein Inserat wirklich reinmachen. Oh, das scheiß Google-Konto. Da stelle ich sowieso mal irgendeins mit irgendeiner E-Mail, die ich sowieso nicht habe. Okay, gucken wir mal kurz nach. Ich habe zwar voll auf den Zaun geklickt, ich weiß nicht, warum sich das hier geöffnet hat, aber egal. Hätte ich mal rüber geben können, aber ist eigentlich Wurst. So, hier ist noch eine Maisaufgabe, ich werde schon mal Mais anpflanzen. Ich hatte gestern schon mal eine Maisaufgabe gemacht. Mein Silo ist auch noch voll, wahrscheinlich auch noch von dem Mais. Ja, hier ist noch das ganze Mais drin. Kann ich jetzt eigentlich verkaufen? Kann ich eigentlich auch mit meinem ersten Account dann einkaufen? Ja, eigentlich ganz praktisch. So. Okay, zwei Ananas, ein Baumwollhemd. Das Baumwollhemd kann ich mir locker mit meinem anderen rüber machen. Ananas habe ich eigentlich gar nicht so viel mit meinem ersten Account. Das haben sich übrigens auch viele gewünscht, dass man ein Part mit beiden Farmen gibt. Oder halt mit mehreren. Das können wir ruhig mal öfters machen. Ja, 37 Ananas, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich kann auch noch was um Hilfe bitten, um ehrlich zu sein. Wie eigentlich Baumwollhemd hier produziert irgendwo? Wo ist denn diese... Ah, da. Ja, habe ich sogar. Cool. Kann ich auch direkt nochmal machen. Ja, wenn ich gerade irgendein schweres Derby ist, sowas wie... Keine Ahnung, was ist ein schweres Derby? Das hier könnte ich zum Beispiel freigehen. Mach ich auch mal. Braucht jemand von Spolzen? Ich bin dabei. Martin. Ich mache ja Derby. Heute ist übrigens ein langer Part. Also, weil die Bock haben auf lange Heyday und, äh, ja. Hinten da jetzt gegönnt heute. My Heroes Tonight jetzt. Wenn ich mal wieder angemeldet bin. Oben links Zahnrad. Erweiterte Einstellung. Und dann der zweite Punkt von oben. Ähm, man kann aber auch, um sich beim Derby wieder anzumelden, ähm... Martin, Dankeschön. Äh, man kann sich aber auch... Wenn das Derby zu Ende ist, dann kann man hier... Aufs Derby gehen, dann steht da beim nächsten Derby teilnehmen. Dann kann man einfach auch da drauf klicken. Ist man auch beim nächsten Derby dabei. Genau, hier pflanze ich schon mal Mais an. Mine werde ich machen. Ich muss jetzt nur als schnellstmöglich diese LKW-Aufgabe fertig bekommen. Dann kann ich Mais machen. Ne, Mine, Mais und dann LKW nochmal. Ich müsste ja nicht Punkte genug haben. Vielleicht ist ja da noch eine andere Aufgabe da, die ich machen kann. Martin, erst mal die Punkte Olivenöl. Ich werde jetzt hier auch mal ein Inserat reinmachen. Martin, oh, Dankeschön. Das Kaufen. Ähm, na, das Mais, das kann ich auch verkaufen. Wohl nicht zu viel, weil ich glaube, ich brauche das jetzt gleich noch für, ähm, für Futter. Ich weiß nicht, ob ich die Tiere füttern soll, weil Adventure kommt ja noch eine Futteraufgabe. Deswegen, ich glaube, ich lasse das erstmal so. Oh, ich meine, das könnte ich auch selber machen können. Ich könnte Eier gebrauchen. Dankeschön, Martin. Martin, fleißiger Helfer hier. Oh, Himmeermarmelade, die hab ich. Die Gelee-Bohnen-Farm muss Himmeermarmelade haben. Aber leider hab ich nur eine, das heißt, eine muss ich mir rübermachen. Boah, yo, ich wollte was schreiben und ich werde einfach umgelockt hier. Okay, aber wurde geschrieben. Alles klar. Wie sieht's beim Schiff aus hier? Boah, ich habe ja keinen Inserat gemacht. Stimmt. Egal, ich mach das mal mit dem Schiff zu. einfach ein inserat wenn ja habe ich ja pech gehabt wenn ich gleich die sachen drüber gebe dankeschön martin klassiker helfer hier ich schreib doch nicht robin helfen aber selber hilft am meisten okay nein alles gut schokotorte fischburger schokotorte habe ich nicht fischburger müssen ich mache ja mache ich ja nur hummer schwänze stimmt 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 ich müsste aber brot machen brot 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 ja ich brauche eier 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 und das wollte ich gar nicht egal zur not kann ich mir ananas mit dem ersten rüber geben habe ich genug habe ich genug ananas juhu 16 lkw ist noch bei mir 3 6 8 hängen das ist das doppelte was an der tafel ich muss noch abschicken baumwolle für ihr schiff bestimmt ein kissen eine immer mehr kundige mir mal im rüber mal kurz nach baumwolle für die caroline so was war das eine himmel und was noch nicht mal vergessen kissen kissen habe ich lustigerweise echt viel ich weiß gar nicht warum 20 oder so habe ich eine roh was hängt das hallo ein bisschen weniger hängen dankeschön da muss erst mal einer schneller sein wenn einer schneller sein auch das gut der man dringer habe ich viel das sind ja auch frei geben ich glaube das gebe ich auch frei das können wir am ersten einmal voll machen obwohl vielleicht mal so irgendwie anders voll bis später martin ein letztes kleid für eine smoothie eine milch also ein blauer pullover quasi das ist freigegeben da könnte ich martin hat mir geholfen dankeschön martin dankesbrief eine kirche die haben wir scheiß auf zitronencreme wo ich glaube wir werden echt level up hier heute mit dem ja mein lkw ist halt langsam 10 ps lkw richtig richtig langsamer lkw ist das wer sieht aus mit meinem schiff schiffchen juhu nummer eins ich habe extra noch eine schiffsaufgabe das ist meine zehnte aufgabe hier im derby also mit dem ersten account bin ich fertig mit dem derby aber halt mit dem anderen noch nicht hier werden wir jetzt erstmal auch noch die farm so ein bisschen hängen lassen also ein bisschen schlauchen lassen und meister gegen anbauen müssen weil ich ja gleich immer in meinem ersten zweiten account das bekomme also wenn wir gleich die meistaufgabe beim zweiten machen also es ist einfach mein zweiter und eigentlich ist die gelebohnenfarm aber das ist sowieso immer zweiter account also eigentlich meine gelebohnenfarm mich locker hier muss sie dann habe ich nicht nicht gemacht könnte ich aber machen ich glaube mache ich auch netzer können es eigentlich locker fertig sein mal zwei mocker 15 minuten okay das ist in ordnung ich kann nicht warten die tiere auf jeden fall schon mal ernten fitter noch nicht weil eventuell eine futter aufgabe kommt ihr mache ich auch sahne extra sehr schnell fertig sein kann und das wird halt so langer part werden es tut mir leid für alle die die keine langen parts mögen aber der derby endspurt derby endspurt ist immer lang aber ich habe kein ich habe eier sandwich gemacht kein speck sandwich scheiße die meister schon fertig das ist eigentlich ganz gut gleich direkt einmal gespart hier muss ich eigentlich enden 670 also wie viele felder habe ich einiges mit 94 sieben mal ernten oder sieben mal sieben mal sieben mal die kann ich weg machen zehn aufgaben noch mal ein bisschen schneller guck mal beim schiff hier ich schaue schiff nächstes soja bohne weißzuckerbananen soja bohne ist ja weiß ich okay ich hab dann glaube ich jemand gar nicht so viele von da war der zucker ist halt kacke für soja bohne habe ich 214 ja wahrscheinlich wird pro kiste so 40 haben wollen 40 ungefähr meistens eigentlich mal so 37 ich bin gespannt wie viel jetzt haben wollen jetzt genau 37 haben wir damit nicht 47 scheiße fast weil ich das machen das schiff ja komm ich mach das ich glaube so weißer zucker dauert lange zu zu voll machen das ist meiner vorher macht deswegen noch mehr noch ins rad rein schnell ich habe kann eh noch 1 2 machen klatsche ich glaube nächste woche machen wir mal trippel derby oder aber nächste woche schlecht danach die woche können wir mal trippel derby machen so das ist schon voll dankeschön tanja was braucht tanja denn tanja habe ich nicht in der stadt was braucht denn die tanja in der stadt blauen pulli pulli muss ich auch noch mal die leben und account geben das ist eigentlich ganz gut jetzt mit den lkws zwei schokoladen eis wie eigentlich am liebsten freigeben was braucht denn caroline auch die macht auch allerdings ja jetzt kann ich mit dem voll machen das ganz gut an sich immer an die hilfe braucht praktisch stacco habe ich nicht zurück ja gut jetzt muss ich was machen können mit drei diaringe rüber machen mokka muss ja gleich fertig sein drei diaringe einen blauen pullover und ein specks sandwich platz muss ich auch genug haben muss halt nur aufpassen jetzt weil ich habe viele inserate drin das ist auch einer von zwei gründen warum ich kein stream gemacht habe weil ich mir halt so helfen kann und ich da sonst mal angst habe muss dass mir etwas wegklaut aber der hauptgrund ist einfach dass ich das meint den ganzen tag schon nicht gut ging und ich wusste einfach nicht weiß nicht wann ich überhaupt zu ihm doch nicht wollte hat denn auch nicht wenn ich dann wieder so ein anfall krieg mit toilette und so sie dann aber den stream unterbreche deswegen deswegen habe ich mich für gegen einen stream entschieden hoffe das ist okay aber es gibt doch immer wieder ein stream weiß nicht ob ich heute ein mache oder so gucken wir lassen ja auch immer rechtzeitig ankündigen wenn ich das meiste mal komisch jetzt alles grün hier schön genau jetzt habe ich 1234 wieder nämlich 28 speck dings kann ich mir rüber machen mache ich auch glaube ich hat einer meine klatsche gekauft wer war das victory oh man ey inserat inserat oh ich bin noch gar nicht da ups Entschuldigung für manche für die das vielleicht nicht verbringt ist wenn ich hier die ganze zwischen accounts her und her switche ich bin da schon ein bisschen geübt da drin also deswegen nicht wundern auch für alle die die irgendwie jetzt komplett neu dabei sind und halt ein bisschen schneller drin was habe ich ja nicht für ein schiff können ja auch auf schicken ne puzzleteil sogar lol was schaffe ich nicht weil ich kein heller eis habe ich brauch eier bombollstoff hole ich mir auch und eier okay zumindest die eier bekommen immerhin ich will jetzt kekse machen kekse naja wenn ich jetzt mit meinem ersten account hier weizen farme mit meinem anderen account mais dann kann ich mir gleich mit meinem gelebon account das weizen geben und mit meinem ersten account kann ich mir das mais geben weil ich gerade gesehen habe dass mein gelebon account kaum noch weizen weizen hat weizen schiff haroi oa victory oa victory okay dann darfst du mein meine klotze ruhig kaufen also wenn du mir hier eins mal weißen zucker voll machst dann gerne immer herzlich willkommen auf jeden fall boah nee feder was war da noch feder lutscher ach du scheiße hier kann ich weiß nicht ob ich brote machen soll oder ich glaub schon ja komm mal ein brote kann ich ja dann muss eigentlich bananenbrot glaube ich noch produzieren ne ne was hat ich denn hier noch mal wenig ah ne es war hier äh weißt du noch mal hier das bananenpfannekuchen weiß nicht sahne obwohl habe ich auch schon 30 plätze verwirrung hier auch grilltomaten habe ich eigentlich auch genug er muss eigentlich ich weiß auch nicht das produzieren kann eigentlich ein hummer rüber machen weil ich glaube ich auch eisen ammann müsste ich haben und gleich level ab gleich level ab direkt acht hummer rüber direkt genug dann sammle ich auch direkt neue hummer ein tadaa den bräuchte ich noch eine entenfelternfarm ich glaube ich sollte einfach meinen zweiten account zur entenfelternfarm aufstufen weil aber ich brauche den eigentlich für fischfilet ne haben ja schon viele gesagt warum machst du deinen zweiten account nicht als entenfelternfarm vielleicht sind für fischfilet brauche also wie fischfilet brauche ich eigentlich auch gar nicht ich weiß es nicht da da 1 2 3 4 5 6 passt passt 3 noch mal 1 2 lass dich einfach mal hängen zur not ich muss ja gleich noch weitere dings machen 90 erze ab und wie viel die sachen habe ich eigentlich 12 12 21 41 das heißt ich brauche da noch 49 können wir entweder einfach zehn hacken rüber machen aber ich glaube wir einfach zehn hacken rüber oder ja und hier mache ich jetzt schon mal spieße sind natürlich honig aber ich glaube ich müsste hier noch was ja genau ich muss doch noch was liegen haben ich wusste es juhu und ich direkt neues machen ich glaube das endlich bei meiner geleber und farm aber auch nicht ich müsste eigentlich mal richtig honig farm immer richtig geil glaube ich mach ich jetzt auch das Problem ist halt erst 3 das dauert doch richtig lange bis ich immer bei 4 bist guckt euch das mal an ey ein zehntel was mach oder man gibt halt hier 13 13.000 diamanten aus äh 1200 1200 ja auf 44 euro nur um die um die honig um die honig dinge da da zu maxen warum nicht für den punkt habe ich eigentlich im derby 1200 und mit der bin ich dann bei 15 mit der bin ich bei 18 mit der bin ich bei 21 ein eisenbahne müsste ich nicht haben doch habe ich gut dann lasse ich die aufgabe auch mal hängen wegen der anderen lkw aufgabe und kommen neue aufgaben 17 minuten ok was will die denn wolle chaui kein salzer und anderen scheiß sehe ich so aus ich glaube nicht schon mehr kack schiffe hier richtig miese schiffe bin jetzt mal gespannt ob ich den mit minze wenigstens machen kann ach scheiße hätte ich walten können ach man waren wir in 12 da was echt jetzt oh no 12 da ist blöd so ich muss mir einfach die dinge rüber machen 10 spitzhacken alle gefüttert schiff so schnell ja das ist gut Oliven Baumwolle und Maisbrot das geht klar ok ok so ob geht so es ist ist so es ist es Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich mach auf jeden Fall die Aufgabe hier. Äh, Lkw. Äh, Schiff. Boah, ich bin schon komplett verwirrt. Oliven. Gar nicht so viele. Ich müsste auch, wenn ich mal mit meinem, äh, Lebo und Akmer Platz hab, hier die ganzen Olivenbäume und sowas anbauen. Ich glaub, die muss ich kaputt sägen. Oh, ich bin schon mal zum Beleben. 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 Okay, mit Beleben warte ich noch. Eventuell kommt ja gleich noch eine Belebenaufgabe. Ja, dann ganz praktisch. Die Lady Gery. Die Lady Gery. Dankeschön. Dann ja, braucht man Hilfe. Oder ist das immer noch von eben? I don't know. Oh. Oh. Ich hab' erst zwei Schiffe abgeschickt. Ja, das ist richtig wenig. Heute auch kein Schiff-Counter, weil wie gesagt, wenn ich, äh, keinen XP-Schub hab, dann lohnt es sich auch nicht so richtig viele Schiffe abzuschicken. Aber wir werden heute trotzdem welche abschicken. Gerne schreibt sie. Schreibt sie einfach gerne. Angel Natalia und Natalia. Dankeschön. Gebt wieder einen grünen Sticker. Juhu. Weizen? Boah, Weizen, Wolle und Brokkoli. Was ist denn für ein leichtes Schiff? Lol. Weizen? Boah, ich liebe das, wenn ich schon Weizen in meinem Schiff sehe, ne, dann, dann, äh, dann drehen sich meine Pupillen um und dann ist da einfach nur noch so ein Herzsymbol zu sehen. So, Weizen in meinem Schiff. Das ist ja... Geilo. Und dann auch noch Wolle. Komm, jetzt machen wir ja mal direkt voll. Ich geb jetzt Brokkoli frei, oder? Komm, ich geb Brokkoli frei. Hehehe. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber wohl doch. Wenn man wenig davon hat, dann muss man das ja auch mal machen, aber... jetzt werde ich auch tauschen, jetzt werde ich hier Mais reinstellen, werde bei mir Weizen reinstellen. Ich kann sich das gegenseitig kaufen. Trotz mal Inserat drauf ballern. Darf ich mit, darf ich mitmachen? Nächstes gerne, warum nicht? Warum denn nicht? 2 Minuten Neues Inserat. Vorher noch zur Erweiterung. 80 Bretter und 22 Kleber. Und hier noch 39 Doppelbretter. Okay. Gut zu wissen. Oh, meine Tiere. Ich habe jetzt glaube ich schon ewig nicht mehr mit meinen Hunden und Katzen gefüttert. Schon schon eine Woche nicht. Ich habe einfach nie Speck und Milch übrig. Und wenn, dann habe ich nie alle gefüttert. Meine arme Tierchen. Aber jetzt kann ich, jetzt habe ich genug Speck, komischerweise. Auch Milch. Hä, warum habe ich aber mal genug davon? Ich habe noch nicht in der Molkerei. Ja, mal gucken in der Molkerei, was da abgeht. Sommersalat, Sommerrollen, dann mache ich auch direkt Reisnudeln. Und Schiff Ahoy. Ja schön. Juhu. Oh, es gibt auch nur 980 XP. Ja gut, das war ja auch ein leichtes Schiff. Muss ich dazu sagen. Fisch Taco, scharfe Pizza und Kaffeebohnen. Schiffsaufgabe abgeschlossen. Ab, ach, abgeschlossen. So, in deinem Derby hier dran. Janek, eventuell. Kann ich nochmal ein paar Aufgaben. Ach, er macht sogar noch eine Aufgabe. Warte mal. Gucken. Eine Strutze nochmal kurz ein bisschen. Das kann man ja mittlerweile noch machen, sonst nicht mehr. Wie auch nicht mehr, denn auch nicht mehr. So. Heute schon den ganzen Tag flach. Außer jetzt in dem Moment aber. Boah, heute ist echt nicht mein Tag, ich weiß auch nicht. Ich habe einfach am Vortag einfach zu viele Salzstangen gegessen. Ich kenn das, wenn du so ganz viele Salzstangen esst. Äh, normal sagt mir, das hilft gegen Bauchschmerzen. Ja, aber bei mir überhaupt nicht. Schon den ganzen Tag schon so Riesenaugen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Meine Augen bringen mich um. Nächst unser Rat. Wie sieht es hier aus mit Mais? Eine Minute. Sehr schön. Kann man gleich auf jeden Fall dann auch noch in die Stadt gehen. Hier müssen wir auf scharfe Pizza warten. Ich habe auf jeden Fall auch mal wieder Bock auf den Livestream. Bock auf den Livestream. Ich habe ja auch das Livestream-Layout für das Video gemacht. Weil es halt ein Special ist. Oh, Knack. Hat das gehört? Ey, ich sauer. Ich bin heute so verspannt. Also, verspannter als... Weiß ich auch nicht. Ein Borat-Anzug bei, äh... Boost-Arnel. Zu verspannt bin ich. Oh, ich glaube, er war Clear-Band. Da war Clear-Band. Der verkauft alles für 1. Ist er dumm oder so? 7. Level 7 da kommt, verkauft alles für 1. Alles klar. Warum macht er das denn? Ist er dumm. Ja, jetzt verkauft er es nicht mehr für 1. 1. Jericho Marlene. Ich glaube, du musst mal, äh, auf YouTube ein paar Videos gucken. Wo man Hayter spielt. Oder ein bisschen nachdenken. Ich habe leider die Clear-Bänder verpasst. Aber nur 1. Okay. Ich habe irgendwie 7 gelesen. Mal, ob hier Jericho Marlene noch was reinstellt. Ich kann mir gleich einfach 10 Sojabohnen hier mit dem ersten rüber geben. Ähm... Boah, gestern hatte ich richtig Probleme mit Mais. Da hat irgendwie keiner gekauft. Heute geht es ja. Ja, das ist so. Also, falls ihr das auch mal habt. Ähm... Hier... Falls ihr hier mal guckt, wegen im Derby. Das ist immer die Anzeige von dem aktuellen Derby. Das heißt, wenn ihr euch jetzt anmeldet, dann wird da bei euch immer noch das gleiche stehen. Also, wenn jetzt zum Beispiel Hula Palu auf an... Z.B. Sagen wir mal, ich gehe jetzt hier auf... Wo ist es? Hier. Am Gemeinschaftsterby nicht mehr teilnehmen. Dann wird das trotzdem noch da stehen. Äh... Dass ich trotzdem im Derby bin. Das ist halt die Anzeige für dieses aktuelle Derby. Dann dürft ihr nicht nachgehen. Also, wenn der Haken da drin ist, wo ich grad war, dann seid ihr auch im Derby. Ja, ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, wir melden halt aus Sicherheitsgründen alle ab. Weil es halt wirklich mal passieren kann, dass welche aus Versehen drin sind im Derby. Ananas, Saft, Schokotorte und Blumenkranz. Blumenkrone. Blumenkranz. Eigentlich nicht so ein... Eigentlich so ein Schiff, worauf ich mich jetzt nicht so freue. Hier habe ich meine Butter. Ähm... Ananas habe ich noch genug. Boah, ich habe nur noch drei Weizen. Meine Weizen-Ausgabe ist sehr hoch im Moment. Aber ich kriege ja genug Widder. Boah, neun. Wie lange dauert ein Ananas Saft? 40 Minuten oder so, ne? Ja, 38, ja, 40. Ey, wer hat doch mal unser Rat gekauft, Lisa. Mach' ich zwei neue. Ist doch egal. Ich soll jetzt ein bisschen warten. Timmy, dankeschön. Oh nein, ups. Ich öffne jetzt was, was ich nicht öffnen will. Jetzt öffnet sich irgendwas. Äh... Ah, weg damit. Das ist der andere Emulator gewesen für Handy. Aber den nutze ich dir, weil der irgendwie kacke ist. Da kannst du nicht zoomen. Meine Scheune ist voll. Beziehungsweise da kann man kacke zoomen. Ach, die Handhabung ist irgendwie kacke von dem Emulator. Roter Schal. Das ist jetzt irgendwie kacke, dass ich keinen Platz habe in meiner Scheune. Irgendwas produzieren, damit ich Platz habe. Ich habe auch gar keinen Kopfsalat mehr, sehe ich gerade. Oder? Ist auch belastend. Hm, 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 hm. Der Mocker ist jetzt fertig. Immerhin. Mais auch in 30 Sekunden Duduk, Dankeschön Ja, mit dem können wir jetzt in die Stadt gehen Wenn ich jetzt Mais angebaut habe Ich glaube, Andernastag dauert noch ein bisschen, bis es voll ist So, wieder verkaufen Unser Rad drauf machen Und in die Stadt Oh, mein Schiff ist voll Super Super Schiff holen und direkt in die Stadt, oder? Oh, schon wieder weißer Zucker und Sojabohnen Sonst kann ich direkt weiterschicken Ich glaube, das kann direkt weiterfahren Jo Oh, schon wieder Ja, bei Schiffen Ich weiß nicht, manchmal Irgendwie wollen die auch richtig viel von so einer Sache zum Beispiel So wie eben Neuen Andernassaft Für eine Kiste Die echt schon heftig viel Oh, Mann, ey Gurken-Smoothie Habe ich den überhaupt? Weiß gar nicht Da braucht man Honig, das ist auch richtig kacke 27, oh gut, habe ich doch einige Ja, bei Smoothies ist das das Gute Gibt es jetzt nicht so viele von Ich muss eigentlich mal Himbeeren einsackeln Oh, Tom ist da Tom, boy Den Ball von uns jetzt mal nicht als Joker Den werde ich jetzt einfach einsetzen Zitronenkuchen Hätte ich vielleicht gerade noch gebrauchen können Für das eine Schiff, wo Zitronenkuchen war Aber Naja, egal Was weg ist, ist weg Uh, uh Die kann ich umhacken Scheiße Immer diese Löcher zu treffen Da haben wir es wieder Diese Doppeldeutigkeit Aber es ist ja wirklich so Okay, Erdbeeren werde ich nicht freigeben Oh, Erdbeeren geben viel XP Gucken wir mal so Gucken, das muss ich Gibt auch viel Ein Taui Einfach ein Taui Ah, jetzt kann jemand Einsetzen So, als müsste er nicht meister Für dich sein Oh, Shop hat sie geschrieben Shop Hm Hm Ich sehe da nix Ach, keine Aufgaben Ah, fuck Egal, in 10 Minuten kommen noch zwei Vielleicht ist ja eine dabei Eigentlich schneller geht es als 30 LKWs Ich die jetzt geerntet habe Und bin ich bei 460 Okay, 470 Erger gesagt 470 560 Drei mal ernten danach Hm Anscheinend Ach, nix bekommen ist auch blöd Hört sich mal so gierig an Keine Fragen Äh Achso Ja Ja Egal Dankeschön Ach, wenn die Giri erfährt, dass die hier im Video ist Wird sie sich bestimmt freuen 470 So, 560 600 Dingenskirchen Ja, dreimal noch Dieser Rad Noch 7, äh, noch 8000 Level up Dankeschön Lady Giri und Dankeschön, äh, wie heißt der nochmal Nochmal gucken Smoothie Wie hieß denn der nochmal Ein englischer Dude Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr Oh, aber, äh Zuckerrohr habe ich genug, sehe ich gerade Ist gut Sehr gut Jetzt haben wir vorher Bescheid gesagt Ja, wäre besser vielleicht Aber ist gut Dann werde ich jetzt hier Wer macht Gurken-Smoothie blau Easy Shift Zum Glück habe ich so viel Zuckerrohr Jetzt gehe ich aber schnell in die Stadt Fix in die Stadt Mit dem Schübe-Paket-Angebot haben sie übrigens clever gemacht, ne Weil ja Am Samstag war ja Wie zu weit Es war ja die Schübe-Paket-Angebote sind ja am, äh, Dings gekommen Am Freitag Und am Sonntag ist ja dann das Event gewesen Da haben sich bestimmt viele gedacht Oh komm, ich tue mir mal Schübe Wenn ich einen XP-Schub kriege, dann kann ich ja am Sonntag dann richtig Gas geben Das hat er ja natürlich clever gemacht So Pay-to-Win-technisch meine ich Toll Keine Leute zwar, Bull Will schon zum Greg-Master gehen Ah Gregle Gregle Boy Komm mal, ich tue die mal in die schnellen Gebäude rein Imbiss Lebensmittel Die Pensionsleute kann ich ruhig in die Pension packen, eigentlich Pension Zumenierladen Lebensmittel Zumenierladen Strandcafé Imbiss Imbiss Okay, Kurbad, dann Imbiss Pension Zumenierladen Pension Strand Pension Imbiss 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 Ich gleich zubau mit irgendwas Komm, ich mach Hilfe bitten Sollte es dir vielleicht nicht alles geben Komm, ich schicke jetzt mal weg Ja, meine Ressourcen sind so langsam wieder aufgeladen Ich werde morgen auf jeden Fall nochmal viel farm Was das angeht Tim, ich brauche Hilfe, gucken wir gleich Komm, auch Hilfe Scheiß auf Sahne Auch Hilfe Auch Hilfe, komm Wenn schon, denn schon Kriegt zwar nicht viel ab, aber Egal Der kriegt kein Honigtee Honigtee selten Mister Tülle Scheiß zu produzieren Auch nur Kacke, weil Ähm Weil man hat so viel Ach, mit so vielen Sachen Also für so viele Sachen Honig Was macht der denn hier eigentlich So viele Sachen Honig braucht Das ist halt die Scheiße The Horizon Der hat gerade mein Inserat gekauft Tolle Strafe Nein, ich hab gerade ein Inserat drauf gemacht Bitte das in Ruhe lassen Dankeschön Oh, die wir Weizen haben Ciao Und Adios Mister Äh, Schiff Adios So Schiff Ananas Fisch mit Pommes Und Questia Ananas könnte ein Problem werden Questia Oh, das heißt wir haben zwei Probleme Fisch mit Pommes Ja Habe ich zu Not noch mit meinem zweiten Account Also mit meinem richtigen zweiten Account Aber erstmal kaufe ich mir jetzt Äh, Mais mit Brauche nämlich Mais Außer das Inserat, das kaufe ich nicht Obwohl geht Okay Ja, wie gesagt Ich habe mein Vorrat halt aufgestockt Ähm Mal so, so, so Und Ananas einfach blau Und wenn ich jetzt Jetzt keine Ananas voll machen kann Habe ich ja Pech gehabt Graekel möchte Jeden Süßen Tee haben Ne, wie heißt der nochmal Ach, jetzt war gar kein Tee Hey, wie heißt das nochmal Das Zeug Muss ich erstmal nachgucken Könnte man das ja nochmal machen Überlegen, überlegen Bestimmt im Café-Ding Oder Naja Ah, Latte Macchiato mit Karamell Ja Ach so, scheiß Name Mann Kann doch keiner merken Ist doch fast ein Tee Ist doch fast ein Tee Ehrlich Genau 1000 Das Zeug Da müssen wir ein paar Schiffspunkte Sammeln hier Boah, minus 1 sogar Hä, ich war doch gar nicht vor dem Ach, dieser Hä, wer hat mich denn überholt hier Hä, hier müsste das ja dann BB Farmer sein, ne Hä, da kann doch nicht alle Überholt haben Kann doch keine 12.000 Punkte gemacht haben Hä Doch, muss aber, oder Was ist hier eigentlich Ach so, das Ding Alle minus 1 Hä Ist ja nicht ganz unten hier Donnerschatten ist ganz unten Übrigens hat hier übrigens Äh, nur die Fast hier Ach, hier den Typen hier eingeholt Vom Level her meine ich Vom Schiffspunkten her Wird's wahrscheinlich noch EV dauern Weiß nicht Entweder die haben zu viel Geld Fürs Spiel oder Die cheaten einfach Keine Ahnung was mit denen Falsches Bin mir eigentlich ziemlich sicher Dass sie cheaten Aber das Problem ist halt Ich bin hated Die nicht band Boah, warum gibt das 1000 Ich möchte eigentlich Keine Karotten jetzt Komm, einmal weißen Zucker Auch wenn's schmerzt Mal gucken, ob ich Karotten Irgendwo herkrieg Vanille Eis Jawohl, den ganzen Shop Leer gekauft Geil Wie so ein Sucht Die beim Kaufen Die Äxte gönne ich mir Die Äxte gönne ich mir 25 Sekunden Boah, wir sind schon fast eine Stunde am Zocken Ey Loll Danke Tanja Tanja und Haben wir nicht gelesen Dankeschön auf jeden Fall Eine Stunde Pure Spannung Hier beim Schiffer wegschicken Und Derby Endspurt Machen wir jetzt Tofodok noch ins Inserat rein Tofodok ist eigentlich Gutes Inserat Eigentlich Timmy 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 Wo ist der Bursch Da ist der Bursch Da ist der Bursch Ok, 12 Stück fehlen mir noch Das ist natürlich sehr belastend 3, 6, 9 Da sind 12 Ok, dann brauche ich jetzt Karotten Zuckerrohr Reis Ananas auf jeden Fall Reis Kopfsalat Ja auch Komm mal, einfach so Einfach so Vielleicht finde ich ja Sojabunde in der Zeitung Nice Oh, Ananas in der Zeitung Ach, scheiße Ich finde da sowas zu gucken Ist richtig schwer Wenn man jetzt irgendwie so Oh, okay, wo ist denn da? Irgendwie so was Nach was Oh, Sojabohn So was anderem guckt So was so Selten Da ist so wie Bretter Oder so Das fällt einem direkt ins Auge Aber so Sojabohn Danke, Invasion Das ist ja mal so Oh, Popcorn Geil Habe ich eigentlich 106 Finalfutter Das ist, äh, ja Viel Na, wenn die Aufgabe fertig ist Dann Lkw Okay Und soll die eigentlich auch Level ab werden Lkw Welchen Punkt habe ich denn jetzt mittlerweile? Okay Die Mindestpunktzahl habe ich dann schon erreicht 2000 ist ja Aber ich möchte natürlich nicht mit dem Mindestpunkt Boah, für wen ich mache hier im Derby mit Sind noch gar nicht mehr so viele in der Gemeinschaft drin, ne? Oh doch, 27 Ist jetzt wieder ab 30 Die Gemeinschaft Aber ich stelle es auf 600 Achso, wegen morgen Ja, stimmt Heute ist ja Aufnahmestopp Stimmt, Montags ist Aufnahmestopp Einmal selber überlegen Da spiele ich schon die ganze Zeit Und habe auch nicht am Glücksrad gedreht, ey Ich kriege ja gar nichts mit Habt ihr gerade gesehen? Ja, du konntest die Bienen nicht einsam haben, weil Wegen dem Weizen war überfordert Oho Ich mache jetzt auch mal Sojabohnen und Carotten Carotten Okay Popcorn Boah, 500 Ist geil Ja, machen wir mal so Hm Das ging schnell, danke Tanja Das ging echt schnell Und einen Käse haben wir bekommen Ja Oh, ich habe vergesst, Mais zu verkaufen So Ready Ja 10 Bretter bekommen Ja, geil Aber der Speed-Modus Kartoffel Brot Sojasauce Apfel Marmelade Äh Ja, ist okay Kann ich mal sagen Obwohl, nee Ist kacke Was habe ich denn? Ist kacke Tschüss Fahr mein Boot nicht um Freak Ich möchte mal hier Fischfilet sammeln Fischfilet Oh nein Nein Doch Doch stimmt Ich hatte zu viele Fischernetze Will ich doch einsammeln Stimmt Stimmt Und Scheißaukarpfen Das ist jetzt auch das Mais fertig sein Das Mais Und dann pflanze ich jetzt hier Sonnenböö Tomaten Hallo Tomaten In diesem Tabi gibt es viele Maisaufgaben, oder? Und sind wir jetzt neunter? Ne, noch nicht Aber wir werden Kopf an Kopf rennen Und jetzt nochmal 30 LKWs to go Ich habe übrigens letztens Was heißt letztens? Gestern Tutut 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 3 Geschafft Also diese Aufgabe beim Gemeinschaftshaus Mit einem Glebo-Account Ich bin mir ziemlich sicher Dass ich auf jeden Fall Nicht so viele LKWs abgeschickt habe Zumindest keine 30 Weil ich hatte die LKW-Aufgabe genommen Und kam bei 15 oder 16 LKWs Habe ich die Aufgabe geschafft Das war irgendwie richtig Richtig strange Und vorher habe ich Definitiv keinen abgeschickt Also ich habe die Aufgabe Auf jeden Fall irgendwie Verbuggt abgeschlossen Weil man muss ja dann Irgendwie in 20 Minuten 30 LKWs abschicken Für die dritte Genau, beim ersten 20 LKWs In 30 Minuten, ne? Beim zweiten 30 LKWs in 30 Minuten Beim dritten 30 LKWs in 20 Minuten, oder? Weiß das einer? Kann man in die Kommentare schreiben Auf jeden Fall Weiß freigeschaltet Ich habe auf jeden Fall Nicht so viel abgeschickt Definitiv nicht Einfach gehen Ich brauche den Fisch Nicht angezeigt bekommen Ich weiß Was das für ein Kackfisch war Will ich gar nicht sehen Dann brauche ich drei Vanilleeis Ah, das ist eigentlich Schon wieder so viel Kann ich nochmal Karottentorte blau Aber nur aus dem Grunde Weil halt Karottentorte Viel früher Produziert werden kann Als Orangensaft So, ich kann ja gar keinen Ah doch Einen kann ich abschicken Jetzt kann ich keinen mehr abschicken Ah doch Himbeeren Ja gut Lange wie ich noch einen abschicken kann Das ist ja Okay Okay, okay Danach noch 16 Ah ja, da kackt es wieder ab Ich weiß nicht Manchmal ist das so Richtig komisch Aber dadurch Jetzt hier Durchsertig bin ich echt wach geworden Also Nein, will ich nicht Okay, dann brauche ich Drei Vanille Eis Ein Diamantring Ein Eisenarmband Ein Eisenbarren Danke Sanjo Danke Tanja 1200 Nice Alles Ah gut Der Schiffstück ist sowieso Weiter wegen Federn und Anderen bestialischen Gegenständen Die ich nicht habe Habe ich überhaupt Vanille Eis Doch Zehn Stück Okay Ich dachte Hier ist nicht gedacht Ich habe davon so viel ab Ähm Erstmal den Eisenbarren Davon habe ich ja nicht so viel Drei habe ich glaube ich ja Dann Eisenarmband Muss ich auch fünf oder so haben Oder zwei Ich glaube ich habe eben noch Elke wäre damit abgeschickt Deswegen Okay Diamantring Das ist ja oben Davon gebe ich ihm jetzt mal Direkt drei Ich gebe das nicht billig Weil falls geklaut wird Ist ja eh mein eigener Account Also auch mein Geld Also Falls ich ihn verfragte Warum gibst du das nicht billig Da ist mir letztes Kleid So Und Dann noch Kopfsalat Guck mal kann man auch zehn haben Noch irgendwas Es war doch noch irgendwas Fischsuppe Und jetzt gucken Jetzt noch einige schon grüner Das ist schön Eine Auflaufung Okay Muss ich noch darüber machen Ja Der hat im Moment halt Nur so eingeschränkte Sachen Aber wie gesagt Muss ich auch weiter schicken Weil keine Federn Ich dachte eigentlich würde auch an Fischsuppe scheitern Aber Warum ich da Ich glaube Ich weiß gar nicht Manchmal Mit meinem Inventar einer Scheune selber Also Vieles habe ich im Kopf Aber manchmal So wie gerade mit der Fischsuppe Ich meine Ich hätte vorgestern Oder so Das ganze Fisch aus meinem Angelbereich gesammelt Hätte Fisch mit Pommes Fisch Burger Und Fischsuppe gemacht Aber wie viel Ich dann auch übrig habe Weiß ich dann auch nicht Hatte ich anscheinend Aber auch vorher Auch schon genug Fischluppe Das kann ich auch weiter schicken Weil ich keine Traubenarmelade habe Fischfilet habe ich nicht Speck habe ich nicht Orangenarmelade habe ich auch nicht Das kann auch wieder weiter geschickt werden Toll Sanjo steckt sich wieder alles ein Schindel hätte ich gebrauchen können Mein Silo Kann ja mal fragen Wenn ihr noch ein Schindel übrig habt Dann könnt ihr hier erweitern Ist ja ganz gut Ciao Frische Nullengurken Sandwich Und Kakaobohnen Okay LKW kann ich auf jeden Fall abschicken Die kann ich einfach alle machen Die hängen Ach Schokoeis habe ich vergessen Genau Schokoeis und Aromasuppe Ach nochmal wieder Das ist gleich Ich habe ja extra eigentlich Eins mehr gegeben Aber dann habe ich doch Weniger gebraucht Ich habe keine Frisch Ich habe Was habe ich überhaupt noch in der Scheune Die wollen aber auch immer So eine scheiß Kombination Von denen ich irgendwas nicht habe Schau mal Bin der Asanyo Er hätte auch gerade wahrscheinlich Die ganze 40 gekauft Kauft ja nicht Was die Kalle Streus Ich kaufe mir die mal Binserad Macht es auch noch für eins rein Ja Müsst ihr nicht denken Dass ich ihr dafür nichts gebe Ich kriege schon was dafür Ist ja eh meine Mutter Meine Mutter Kriegt das schon genug Dann weitern wir jetzt auch direkt Unser Silo 8350 Geil Wann hat eigentlich mein Silo Meine Scheune überholt Schon wieder nicht Das ist unfassbar Ja der Ereigniskalender für nächste Woche Für diese Woche Ähm Genau das mit den LKWs LKW Event Eigentlich kacke Ereignisse Nächste Woche ist Ja wo Doppel Münzen beim Schiff Wenn man da noch ein Geldschub nimmt Dann kann man schon einiges an Geld machen Auf jeden Fall 22 Eier Hier finde ich auch so in der Zeitung Ich kann hier echt mal auf die Suche gehen Eiersuche Wir haben doch gar keine Ostern Eiersuche hab ich Ah ne hab ich nicht mehr Lol Ich hatte eigentlich so viele Jetzt hab ich jetzt genug Dann werd ich aber Sojabohnen jetzt anbauen Baumwolle Kann ich auch hängen lassen Ich kann eigentlich alles hängen lassen Weil ich mir alles rüber machen kann Ist eigentlich ein ganz guter Fund hier jetzt gewesen Boah ich hab genau 900 Schweinendings Sollen wir was verkaufen Schweinefutter möchte ich nicht verkaufen Warum hab ich so viel andere Saft Ach genau ich hab die ganzen Erze jetzt im Kabuff Könnte ich eigentlich verkaufen Könnte ich eigentlich verkaufen Ich kann mein erster Account eigentlich schleppen Weil da sind die Dinger ja sowieso leer noch Die Schmelzöfleins Eine Hummersuppe Ja dann brauche ich zwei Hummersuppen schon Nur noch Platin Da ist Platin Platin Kohle Gold und Silber noch Genau dann kann ich wie gesagt Die Schmelzöfen von meinem Ersten Akten mal ein bisschen füllen Spitzen hab ich aber nicht Jetzt muss ich auch mal sagen Äh ne hab ich nicht Bolzen Verbrauchst du egal Sowas hasse ich immer Also Wenn man Schon nach irgendwas fragt Dann bitte auch eine Anzahl nennen Also wenn man Sagt ich brauche Weil das ist irgendwie mal kacke Für den der auch gibt Dann denkt man sich Wie viel gebe ich dem jetzt Soll ich dem 1 geben Soll ich dem 20 geben Na das Weiß ich nicht Ich find irgendwie mal ein bisschen blöd Man sollte schon eine Anzahl Dabeisagen Könnt jetzt auch sagen Komm ich brauche Schindel 186 Ja Vielleicht auch nicht Deswegen Frage ich es aber dann auch Was macht Sagt man sonst Ich weiß nicht Aber ich find das immer blöd Wenn man keine Anzahl Dabeis nennt Weil die Schmelzöfen voll machen Ich brauche Eier jetzt 25 Tomaten Ah nein Ich dachte 5 habe ich schon Aber nein Wurde mir geraubt Das kann doch gar nicht sein Wer klappt mir die Eier hier Boah Reis Also auf jeden Fall 20 Eier Ist gut Und Reis ist auch gut Weil dann kann ich nämlich Ähm Rastigen Eier kann ich eigentlich auch ernten Dann kann ich nämlich Sushi machen Okay dann die Aufgabe Dann sind wir bei 15 Und noch 1,5.000 Dann Level Up Und eine Belebenaufgabe Ich glaub die mach ich dann auch noch Warte die Bergbau Ah ich kann noch eine Aufgabe Dann noch machen Die LKW-Aufgabe Werd ich mal nicht hinterher schieben Ähm Ich komm die manchmal weg Weiß noch nicht Kürbisse Okay Auflauf 2 Hummersuppen Feta Salat Schoko Eis Eier Sushi Was hab ich eigentlich Boah hab ich auch keine Ahnung Wie viel aufläufig hab Oh ich hab nur 3 Hummersuppen Nur 2 Schoko Eis Oh ein Auch nicht so viel davon jetzt Ich hab nen Auflauf Fünf Hab ich gar nicht gesehen Ja blind Ich hab ihn trotzdem Äh Hier Auch Eier Sushi geben Schoko Eis Einfach fürs Derby Das ist gar nicht Was jetzt noch fehlt Ich hab mir ja nicht mitgeguckt Eins am Ende hab ich nicht mehr Leider Oh komm das mach ich immer Manchmal noch einer vier Käse hat Zur Not Hab ich noch Käse Auch gut so ne richtig große Ankündigung Zur Not Hab ich noch Käse Weiß gerade noch nicht mehr auf welchen Arc aber auf irgendeinem Hab ich auf jeden Fall noch Käse Cheese Kakaobohne und Apfel Hab ich Hab ich Hab ich Hab ich Zwei Klebe Nice Das war auf jeden Fall ne Größere Größere Kiste Ohne ist der LK Level ab Hab ich jetzt eigentlich schon beim Schmelzofen Nö Eisenbahnen mach ich nicht Weil ich damit diesen hässigen Strauß im Blumen einmal mache Hässigen Strauß im Mülle einmal so Blumen einmal Genau den Den und keinen anderen Level ab 67 Oh ich kann eine neue Maschine machen Nudelmaschine Oh geil Das ist ja richtig geil dann Für den Arc Und zwei neue Felder Stell dir den Felder hin Okay Felder stell ich hier hin Level ab Oh wie lange Ey wenn das mal einer von euch rausfinden Könnte Boah 400.000 Wie lange der schon nicht mal Level ab war hier dieser Account Das wäre eine coole Sache Und das müsste ich eigentlich hier irgendwo hinstellen Eigentlich am besten Bam 400.000 Einfach mal weg Okay Kanälierte Apfel Zucker Toffee Dingsbums hab ich nicht Dann haben wir noch vier Aufgaben da hängen Hummersuppen Hummersuppen Habe ich die überhaupt Drei habe ich Oh mir macht noch nicht mal einer Links vor Das grüne Ich muss noch ein bisschen warten Ein bisschen warten Ups Eiersushi und Sahne Sahne habe ich aber Eiersushi nicht Eiersushi habe ich auf jeden Fall Am ersten noch Deswegen Können wir da noch was drüber machen Also haben wir immer noch vier Die ich machen kann Vier Aufgaben Okay Das kann ich mir auch übergeben Okay Teamwork ist gefragt hier Werdet ich nochmal Sojabohnen anbauen Brauche ich einfach Weil ich es einfach brauche Und Ananas Ein anderer Account Äh Reis macht Dann mache ich halt hier mit Ananas Okay Eiersushi hatte ich vier oder so Drei Und Hummer Dingens Jetzt habe ich das andere schon wieder vergessen Was war das denn Oh hier habe ich schon wieder Da ist Kacknox gestartet Piss dich Piss dich Ach Gönner Smoothie Stimmt Fischberg habe ich nicht Ja wie gesagt Zur Not Äh Ja was heißt Wie gesagt Zur Not Ich kann da noch ein bisschen warten Tausche gegen Tools Ne Federn nicht Ich nicht Aber es hat einer meine Belebenaufgabe weggelöscht Ich lasse mal an hier Füttern Beleben Lkw Mais Lkw Backbau Mais Lkw Gutes Derby Eigentlich G3 habe ich hängen 5 muss ich noch Kleidkissen Smoozie Ach Gleitkissen Ach Gleit habe ich ja 90 Stück oder so ne Man kann auch mal 5 haben Bin ja großzügig Gleitkissen Und Smoozie Glaub ich auch viele Kann eigentlich auch 4 Stück haben Sarah Sarah und Hotten Ding ins Kirchen Ach toll Jetzt habe ich noch das Problem Was ich Die blaue Kiste nicht voll machen kann Also gut Zum Glück habe ich mehr gegeben Haha Ich wusste es Ja werde ich mal noch ein paar Schiffe dann offscreen Weiterschicken Ich müsste dann jetzt auch gucken Auf welchem Akt das ist Derkese Hätte ich jetzt auswendig nicht Niacht Dann hat mir eine geringe in der Stadt geholfen Das wäre eigentlich ganz nice Ja B und P Oh ja hier auch Farm von Weiß ich nicht Farm von weiß ich immer noch nicht Ups Und Timmy's Farm Dankeschön Glitschen einfach aus dem Haus daraus Die beiden Wie so ne Seife G2 noch Ja passt Passt Uh Hi Jeffro 20.000 Derbypunkte Geht doch Zehnter Platz Mit Kopf an Kopf Rennen Zwischen allen Derbymenschen Ja Nudelsalat Nudelsalat Könnte ich eigentlich auch noch machen Aber Okay lass es einfach mal hängen Ich glaube es fällt ja auch gar keinem auf dass ich Level Up bin Okay die Aufgabe auch Da hier Liefer In 30 Minuten 30 bestellung mit den Lieferanten Ah ne das war Turbo Trucker 3 Was wenn dann Ach so ne jetzt hab ich den abgeschlossen Ah okay dann hatte ich Dann gestern Turbo Trucker 2 Okay Hm Ja ist auch Wurst Richtig Turbo Trucker hier Okay Eine Minute Die beiden Aufgaben warten wir noch ab auf jeden Fall Ist da noch was geiles bei Wir machen jetzt mit dem Käse Guten Abend Frau Gery Oh Abend komplett falsch geschrieben So Klebermann will gerne Holzschneiden geben Leider beides zu wenig Ja ich hab Klebermann und Holzschneiden zu wenig ist das Problem Hier 164 Ja Holzschneiden hab ich 0 Mal abgesehen davon aber Ach so ich hab keine Dings mehr Ach so ich hab keine Dings mehr X hab ich ja zum Glück genug Acht Sekunden Zwo Eins Lkw Die mach ich Die mach ich einfach Egal Auch wenn es ne 224 ist aber Nicht schlimm Schreiben damit sich keiner belebt Alle Degere Okay jetzt haben sie beide bekommen Das ist mal der lustige Moment wenn beide das bekommen Falschen Ack Ich wollte gerade schon mit dem ernten Ich möchte eigentlich auch keine Zum Glück hab ich die Olivenbäume gelassen Seht ihr Ich wusste es Zum Glück hab ich die Olivenbäume gelassen 7 8 9 Ups Lad 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 Musst eigentlich auch noch Inserate drin haben Aber Schneller Oh ich krieg ein Bomben Äh Jetzt hab ich den Busch da oben zweimal bekommen Das ist auch mal ein lustiger Effekt Entweder man kriegt den Busch zweimal Äh Oder es kriegen Zwei Leute in den Busch Das ist richtig komisch Beides kann mal vorkommen Also ich hatte sogar mal Ich hatte ne Belebenaufgabe Mit 30 Beleben Ich brauchte aber ne 15 Büsche freigeben Weil irgendwie jeder zweimal gegeben wurde Beziehungsweise ich hab die belebt Wenn wir da auf die Farbe gegangen Da war er nochmal zum Beleben da Das war ganz praktisch Bäume gespart Los komm Baum Ja nice Neunter Platz Bin mal gespannt wie es dann im Derbyrückblick Dann im Endeffekt aussieht Alle 9 Aufgaben geschafft Wie Punkte hab ich jetzt im Endeffekt 2732 Ja nice Das ist doch Eine gute Leistung Vielleicht mit dem Mal gucken Bin mal gespannt wie viel sich noch Beim Zum Derby Ende Ändert Wenn wir dann Ähm Morgen im Derbyrückblick sehen Lass das einfach mal Ah nicht schlimm Genau ich hab äh Wo bin ich überhaupt Da 43 46 Was hab ich denn für Aufgaben gemacht Schiff 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 Kurbad Lkw Reiszucker Beleben Fittern Beleben Okay ja Passt doch Okay Boah langer Part Ey Anderthalb Stunde Lol Das ist echt lang Ähm Ich hoffe es hat euch gefallen Ähm Hier Viele Schiffe Abgeschickt Level Up Mit meinem Geleebohnen Account Derby Endspurt gemacht Ich weiß gar nicht wie viele Aufgaben Wir gemacht haben Mit dem ersten Account Hier eine mit dem Wie viele Aufgaben Wir haben mit dem hier gemacht Mal Lkw Genau 1, 2, 3, 4, 5 Aufgaben Wir haben mit dem gemacht Boah das ist echt viel Auch wenn sie jetzt Nicht so schwierige waren Aber trotzdem 5 Aufgaben Ist echt nicht Ist echt nicht ohne Geil Ja Ich bedanke mich fürs Zusehen Ich hoffe es hat euch gefallen Wir sehen uns im nächsten Part Im nächsten Livestream Im nächsten Video Einfach wieder Haut rein und Tschaui